Ubisoft hat's verkackt. Kein drittes Mal Geisel hintereinander, aber Konsular, das ist Karte Nummer 13 und damit hallo oderseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Karte Nummer 13 heißt Festung oder Chalet, die in der letzten Operation in der zweiten Hälfte gefehlt haben, fehlen jetzt auf jeden Fall auch. Aus Ubisoft hat die Anzahl erhoben, erhöht, erhoben. Hauptsache, die kommen nicht auf die Idee, 2020 Haus zu bearbeiten. Wäre das so schlimm? Ja, ist halt die beste Karte. Denk nur an Herford. Herford ist jetzt auch komisch. Das war auch eine der besten Karten. Du bist auch komisch. Du bist am allerkomischsten. Ja, das hast du ja viel. Bin ich komisch? Doch. Du bist ganz schön komisch. Wir lachen ganz viel. Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Oh, hier, Empfang, ja. Da war meist der letzte. Walter, Scott, Rob Roy. Mann, wieso sehen die meine Drohne immer in den Leichen? Das gibt's ja nur. World Business Solutions. Daneben liegen ein paar Drohnenhülsen. Notepad, plus, plus. Äh, Schriftstücke sind blöd. Irgendwas mit Cover, das kann man wenigstens lesen. Hm, haben wir schon. Rück zur Bombe vor und entschärft sie. Kamera-Frau. Garagen-Kamera auch kaputt. Gibt ja bloß zwei Außenkameras. Alle Kameras kaputt. Nein. Aha, doch funktioniert. Ja, und dann Kamera, damit ich auch kaputt bin. Ich mach mal sauber hier im Raum, im Klavierraum. Schade. Nix sauber gemacht. Drohne bereit. Hinterm Tresen steht einer. Hinterm Tresen, okay. Ich glaube, da steht er noch. Ja, die Kamera hat sich verzwassen gehabt. Diesen dummen Nuss ist so hinter. Feine gesichtet. Er hat geschaut. Ist denn die Beidorden? Vorsicht, beim Tresen. Ohne Kamera von der Valkyrie. Lade Magazin nach. Ist beim Empfang noch jemand? Ich bin auf dem Weg dahin. Da müsste Valkyrie sein. Aber wo Tocke ist, keine Ahnung. Ah, da hinten ein Raut markiert. Mist, nicht getroffen. Entschärfer ist jetzt gesichert. Der Entschärfer ist nicht... Mann, wer markiert denn da? Einer vom eigenen Druck verbleibt. Mann. Ich kann... Warum musst du so... So der Kvirusen... Oh, Mann. Oh, Mann. Kamera vor uns am Haupteingang. Direkt an der Tür. Ein Bad ist jemand. Au. Was? Nicht hinter mir. Mist. Aber es kam von links. Bist war. Vielen Dank. Vielen Dank. Aha, Finger weg. Wo sind sie denn? Weiß noch nicht. Oben auf jeden Fall nicht, oben nicht. Ich guck wieder empfangen. Ah, da sind sie vorhin. Naja, hier oben und oben. Nee, Keller. Keller. Ja, was meinst du? Wachen wir schon. Wachen wir schon. Die Scheiß-Bombe, Mann. Noch fünf Sekunden. Die Vision ist der letzte. Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Gelangt zu der Bombe und entschärft sie. Halt nach anderen Ausschau. Boah, nee. Da ist er, der Läsion. Komm her. Ja, Läsion ist hier oben. Ja, ich bin bloß noch... Der ist rot markiert. Der ist nicht oben. Hä? Doch. Nein, das bei der Bombe, das ist nicht oben. Ja, sag ich doch oben. Ja, das ist bei dir oben, das Erdgeschoss. Mann. Feuerschutz! Lade nach! Ich hab ja nicht gesagt, ganz oben. Oben. Mhm. Und jetzt ist ganz oben. Abschau bei Hawkeye. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob sie ganz oben noch ist, oder... Nee, die ist unten. Die ist, äh, A-Bomb. Alle kommen. Okay, okay. Komm ich mal langsam den Gang vor. Da steht's ja... Ich dachte, jetzt Hologramm, aber nee. Weil der, 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 der Federhut sah komisch aus. Guck mal, wie ich ehrlich drauf gucke. Ich hab überlegt, ist das Alibi? Ah, die haben gar nicht Alibi gehabt. Ja, der hat sich auf mich konzentriert. Das ist aber Hawkeye, das Kanonenfutter. Nö. Oh, doch. Oh, jetzt sind wir doch auch beim Empfang. War bloß das Ablehnungsmanagement. Das Alibi-Hologramm. Alle haben sie ein Dreieck bekommen für böse Sachen im Gegnerteam. Nee, weil zwei verrückt gespielt haben. Wenn schon dann Gemeinschafts-Alle. Weil zwei verrückt gespielt haben. Na, Gemeinschaft halt. Ja, weil zwei verrückt gespielt haben. Jetzt hab ich meine zwei. Zwei Eliminierungen. Die fehlt mir vorhin bei der letzten Geisel. Wenn wir alles nachmachen. Die Bomben sichern. Ich mach eine Lücke zu. Oh, nö, Ella. Ich muss hier durch. Hab eh schon kaum Zeit. Ich hab eh schon kaum Zeit. Achtung. Ein Bombenstandort ist in Gefahr. Hörsticht. Das wird lustig, sagt Ella. Die andere Bombe unten, oder was? Nee, das ist beim Empfang und Klavier. Zehn Sekunden noch. Mann, ey. Ella hat mich ganz schön aufgehalten. Der Gegner hat eine Bombe lokalisiert. Macht euch angriffsbereit. Kali haben sie. Hat sie auch noch zu. Böses Auge eingesetzt. Toll. Weißt du ja, wer gestorben ist? Kali nicht. Auf die hab ich jetzt nämlich gehofft. Die ist Haupteingang. Vom Fenster ist jemand gehofft. Kali ist immer noch beim Haupteingang. Ah, später. Boah. Das tat weh. Kommt die gerade in dem Moment angeflogen. Oh. War das jetzt Ella? Über dir ist das Fenster auf. Das hat sich jemand. Über dir ist das Fenster auf. Ja. Wann geht's mir schlecht? Mir geht's schlechter. Achso, du hast... Achso, aha. Lebenspunkte mäßig. Au, da hinten. Oh, die hat... Die hat mich getroffen, aber... Ja, hatte ich letztens auch am... Hab ich auch zweimal gehabt am Montag oder Freitag. Montag, glaub ich. Da die mich zweimal getroffen und ich bin nicht verletzt gewesen. Das war so vier, glaub ich. Au. Oh, die Splitter. Eins hab ich, weiß nicht was. Irgendwas schwarzes. Ja, war beim Klavier irgendwas schwarz angezogen. Das kann ja alles sein. Das ist ja Raffiner hier schon, oder? Wie auf Grenze. Ella ist auch schon da. So, wie es sich für eine Frau gehört. Ha, ha. Aber du passest Trinkgeld bitte, ne? Okay, jetzt musst du aber noch ein Spülbecken hinbauen an den Tresen. Wieso? Was hast du doch vorhin erzählt mit den dreckigen Tellern? War das auf welcher Karte? In das Waschbecken? Ach hier, Freizeitpark oben. Bei der Ruhestätte da oben. So, alles im Keller. Wir sind punktgleich, Hockey. Schämlich. Frag mich, was mich da so blöd runtergeschossen hat. Ich dachte, er ist Ella. Oder ist er jemand durch die Decke einfach mal wild geschossen? Na, du hast dich selbst geschossen. Genau. Ich seh nicht mal meine Füße. So, einen guten Rucksack hab ich. Ich mach über den Bomben dicht. Achtung, ein Bombenstandort ist in Gefahr. Oh, noch 10 Sekunden. Das wird zu wenig. Nur noch 5 Sekunden. Klebe die Mine fest. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Auf feindliche Aktionen vorbereiten. Jetzt kann ich hier nicht drüber springen. Mir ist es zu niedrig. Landst du dir am Kali? Hab ich schon. Vielleicht kannst du noch etwas erhöhen. Hast du eine Spitter oder bloß... Oder eine Schrotflinte. Nein, Moment, böses Auge. Jetzt. Gut. Vorsicht, die haben Kali. Die kommen vom Automaten. Die Musik ist noch an. Das böse Auge hab ich da, Hockey. Jetzt kannst du im Server gucken. Ja, da kommt jemand an. Hockey, rot markiert. Direkt vorm Schild. Gleich links davon. Jetzt rechts ist rechts. Drohne drin und rechts der Typ. Zwei sind da. Die gehen jetzt hier zur Wendeltreppe in den Gang. Granate ist drin. Wendeltreppegang. Vorsicht. Und Wendeltreppegang. Das Kuscheln mit Hawkeye, oder was? Oh, das war knapp an Ella. Ella guckt schon, Wendeltreppegang. Wenn die vorm Schild auftauchen, sehe ich das wieder. Nein. Das Bug. Und die Bahn hat die Luke aufgemacht. Vorsicht. Die Treppe nicht. Scheiße. Bug noch beim Server hinten. Ja, die Sniper. Das ist ja, Gina. Pass auf. Dann warte ich hier in meiner Ecke. Da liegt ja noch Stachenerator. Das Besorger ist noch richtig ausgerechnet, oder? Ja. Gut. Äh, ich hab' den Sagen auch noch. Ah, die kennen wir schon. Was? Bug hab' ich. Ja, von hinten. Oh. Was macht er da hier? Die sind drinnen bei A, bei A, bei A. Oh, jetzt muss ich erstmal aufhelfen. Scheiße. Lassen einfach liegen. Kümmer dich nicht drum. Hätte ja gereicht, wenn's sofort geklappt hätte. Nein. Einfach... Doch. Erst gucken, Alter. Erst Zeit. Erstmal liegen lassen. Ben, das war auch noch da. Ben, das war auch noch da. Nicht immer gleich da hinrennt, zu den Verletzten. Lag der ja schon länger und hätte gepasst, wenn das Spiel da nicht gehangen hätte. Nee, der lag da noch nicht. Hat sich ja schon weggerobbt mit Blutspur. Die Bomben sichern. Verfüllung, keine Zeit. Kamera in Position. Die Gegner haben eine Bombe entdeckt. Zum Angriff bereit machen. Die Gegner haben eine Bombe entdeckt. Verteidigt sie. Okay. Kamera positioniert. Übertragung läuft. Ich glaub ich soll erst mal das Bersauge anbringen beim nächsten Mal. Beim Empfangen. Zehn Sekunden noch. Neue Übertragung. Lücken sind dicht. Fünf Sekunden noch. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Ich habe ein neues Mal abziehen. Böses Auge auf Patrouille. Ja. Schildträger Blitz vorm Eingang. Er war vorm Eingang. Du musst sagen. Noch jemand vorm Eingang? Sophia, Sophia. Vor dem anderen mobilen Schlitt Klavierzimmer ist jemand. Ich glaub Anna hat's. Die Sophia lebt noch. Ne, aber das war ja vorm Haupteingang. Achso. Gut markiert. Ella Wendeltreppe ist weg. Ich guck hin. Sieht aus wie ich. Nein, Mann. Was macht denn der da? Mann, hör doch auf. Im Backdruck gerockt. Gut. Bitte die bösen Augen bewachen. Scheiß da, ey. Guck dir die bösen Augen, ja? Rechts. Rechts. Hm. Bitte bösen Augen gucken. Ein Operator des eigenen Trupps verbleibt. Warte, 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 M.G. Beim Haupteingang ist Hermite nicht mehr. Ja, ist noch bei der Wendeltreppe. Jetzt macht er Glas auf. Der ist... Ohne Rem. Der weiß, wo ich bin. Das eine böse Auge bringt nichts mehr. Hinterm Tresen. Ja, ich hör's. Warte, bleib. Das Alter siegt. Ich kann da nicht durchschießen. Das ist bloß Holz. Du kannst da nicht durch zwei durchschießen. Das ist aber bloß Holz. Wartet ihr geschwillt, bevor ihr das nächste Match startet. Okay. Bin schon durch ganz andere Sachen gestorben, die eigentlich viel dicker schienen. Da vertraue ich dem Ubisoft-Spiel nicht so ganz. Mit dem Gedanken, eine Kontaktgranate zu werfen, habe ich auch kurz gespielt. Aber nee, dann bin ich wieder so abgelenkt. Also, wieder in so einer Phase zwischen Granate wechseln, also Alter wegstecken, Granate werfen, wieder rausholen, das geht nicht gut, wenn der Gegner weiß, wo ich bin. Und bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss.